Tanzen wird häufig als angenehm empfunden, Jeff. Aber nicht von mir. Vielleicht hattest du nur nie die richtige Partnerin. Das will ich weiter zuhören. Die wilde Party gefällt mir wirklich mehr. Ausgezeichnet. Du tanzt fast genauso wie Shepard. Oh, das war ein Tiefschlag. Ja, Shepard tanzt halt extrem gut. Hey, Edi, sieh dir das an! Oh, Pachyos? Sehr beeindruckend. Dein zentrales Nervensystem ist angesichts deiner Alkoholisierung ziemlich gut koordiniert. Pilot halt. Du bist anscheinend nicht die einzige Tanzmaschine auf dieser Party. Hab ich recht? Jeff? Ja, Edi. Das war ein sehr schlechter Witz. Ich liebe dich auch, Edi. Plötzlich kickt der Alkohol ein. Wie läuft's, Commander? Okay. Commander! Commander! Oh, es sind auch ein paar Leute. Aber hier wird abgetanzt. Juhu! Sie sollten diese Moves öfter vorführen, Trainer. Sie und ich gleichzeitig tanzen? Zu gefährlich! Der Raum würde brennen! Das geht ja. Das ist cool. Und das macht Spaß. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Menschen mit diesen verbogenen Beinen überhaupt tanzen können. Wir haben verbogene Beine? Ja! Alles Ansichtssache. Und die Asari. Es ist ein Wunder, dass sie nicht ständig umfallen. Ich falle erst um, wenn ich Gesellschaft gefunden habe, Hundebein. Bis dahin empfehle ich, beobachten und lernen. Sehr cool. Ähm. Das ist schon cool gemacht. Yay! Shepard tanzt jetzt mit. Ja, verdammt! Na los! Oh Gott, nein. Shepard kann nur ganz schlecht tanzen. Ha! Kapitän an Deck! War er immer schon so? Ja. Shepard rettet die Galaxie. Da muss man hinwegsehen über einige... Eigentlichen... Oh, Mann! Das ist... sehr enthusiastisch. Beeindruckend. Wir sollten das aufnehmen und den Reepunt schicken. Entweder laufen sie dann weg, schmelzen zusammen oder verlieben sie. Ha, ha, ha. Schön zu sehen, dass manche Dinge sich nie ändern. Shepard kann schlicht und er kann auch nicht tanzen. Also, mir gefällt es, Commander. Es ist wichtig, hin und wieder einfach mal loszulassen. Ich danke allen für ihre Loyalität und Unterstützung. Immerhin hat er Spaß. Ich meine, darauf kommt es wirklich am ehesten an. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene... so viele verschiedene Tanzmoves gibt. Es ist nur eine Vermutung, Shepard, aber was sie da auch immer servieren, es wirkt langsam. War Liara schon immer so blau? Ist das eine Anspielung? Sie funktioniert, ist ja cool. Ähm. Und endlich ist die Frage, Boxershorts oder Slips beantwortet? Kasumi? Oh, hey Shep! Wer durchsucht denn da meine Schubladen? Ich durchsuche von jedem die Schubladen. Wie wär's, wenn sie sich wie eine normale Person unter die Leute mischen und Spaß haben? Warum sollte ich das tun wollen? Übrigens, Glückwunsch zum Unterwäschegeschmack. Freut mich, dass Sie kommen konnten, Kasumi. Danke, ich hab wirklich sehr viel Spaß. Nach ihren überaus seltsamen Maßstäben. Genau. Erinnert mich irgendwie an eine der Big Bang-Folgen. Ähm. Ja. Naja, zumindest sind sie sauber. Wirklich, Kasumi, wirklich. So schlimm. Na gut. Und Sie kennen sie wirklich alle auswendig? 67. Holmium. Hochreaktiv. Hochmagnetisch. Oh yeah. Auf torianischen Partys trägt am Schluss nur selten jemand das Periodensystem vor. 68. Erbium. Atomgewicht 167. Und wechsel. Gut, ich bin dran. 69. Hahaha. Träumen Sie weiter. Was? Verstehe ich nicht. Ich erklär's später. Oh, sehr gut. Oh Gott. Ach, ist das schön hier. Okay, schade. Hier haben wir auch alles fertig. Dann gehen wir nach oben, würde ich sagen. Oder... Vielleicht ist hier direkt nebenan noch was. Ähm... Nein. Nein, ist das nicht. Gut, dann. Aufwärts. Ich frag mich, ob noch mehr verschiedene Kombinationen möglich sind. Noch mehr Biologen... Äh, Biotika. Oh oh. Leora. Ich weiß, dass sie das kann. Aber haben sie auch die Cojoneses tatsächlich zu tun? Oh oh. Irgendjemand? Was für ein Kerl. Anschnallen, Mann. Ich hab mir Angst, dass er sich wehtut. Wie Sie wollen, Vega. Oh Gott. Dann fliegt er da einfach runter. Wirklich? Leora? Was ist los? Ich demonstriere lediglich meine biotische Überlegenheit. Sind Sie okay, James? Hahaha. Das ist toll. Ich zittere am ganzen Körper. Genau. Cool was? Ich kann dieses Gefühl jederzeit haben. Finden Sie es entspannend? Äh... Irgendwie schon. Unter anderem. Steht Ihnen gut? Sie sind so sanft, Leora. Darf ich auch mal? Oh oh. Vorsicht. Ich brauch morgen früh die gesamte Crew. Okay. Schluss mit dem Spaß. Setzen Sie mich ab. Los! Tanzen wir! Oh oh. Leora kann auch nicht tanzen. Das passt halt sehr gut dazu, ne? Tolle Party, Shepard. Ich bin angenehm überrascht. In der Tat. Schön, nicht wahr? Seltsam, alle an einem Ort zu sehen. Es ist perfekt. Wirklich. Wie sie halt genug Tanzvarianten gemacht haben, dass hier jeder einen anderen Tanz macht. Obwohl Jacob, glaub ich, den Shepard Tanz macht. Einen von den wenigen. Leora ist echt komisch. Ähm. Hey Shepard. Sehr cool, sehr cool. Kann ich nicht anders sagen. Fehlt eigentlich noch wer? Das macht Spaß. Ich glaub aber schon. Okay. Schütteln und nicht rütteln. Moment mal. Was? Pff. Ihr Leute seid... Das ist der gleiche Tanz wie... Das hier ist das Beste. Hahaha. Yeah. Seht mich jetzt an. Pff. Oh Gott. Die Leute haben ganz schön viel getrunken. Ähm. Übrigens macht, äh... Caden den gleichen Tanz wie... Cortez unten. Hm. Ah, ich glaub Saeed fehlt irgendwo, oder? Hm. Ich guck mal ganz kurz, ob ich ihn hier vielleicht irgendwo noch finde. Ach ja. Ähm. Grunt? Grunt? Alles in Ordnung? Was? Ja. Ich hab fünf Kredite. Hm. Was ist das? Er hat ein bisschen zu viel getrunken. Schlafen Sie weiter. Diesmal ist Tali nicht die Betrunkene. Zu mehr mehr. Ah. Schlaue Rihanna haben Wackel haben. Das war schon kaputt, wenn ich hier ankomme. неё ist ja... ... ... ... ... Verdammte Salat! Was für ein Salat? Bist du ein Zauberer? Ja, aber... Heie! Was ist los mit Grunt? Er ist richtig weg. Okay, er will nicht mehr. Wie bitte, Grunt? Ach, er will mehr. Was, er will mehr haben? Heie! Grunt! Ich habe diesen blauen Stein für dich gefunden, Liara. Aha, Grunt! Ich habe diesen blauen Stein für dich gefunden, Liara. Interessant. Dass er ein bisschen an mir interessiert war, ist interessant. Jetzt schläft er, glaube ich, schon ein, ja. Das ist ziemlich deutlich. Okay. Ich will wenigstens gucken, ob danach noch was kommt. Was ist jetzt los, Grunt? Ich bin ein schöner Vogel. Ich glaube, er hat einen Vogel. Oh Gott! Redest du mit mir? Haha! Tue ich! Du redest doch mit mir. Okay. Uh, Klebeband. Haha, Klebeband. Sie sehen nicht aus wie Vögel. Sie sehen aus wie Katzen. Ich bin das Gesetz. Hier haben sie ganz schön viel, ähm, Soundbits aufgenommen. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt. Schade, dass er nach, wenn du Pullover tragen willst. Was verdammt klar ist. Horizon. Er ist der Philosoph. Horizon. Horizon. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, erwischt. Das Ende. Dann werden wir nochmal hier hingehen. Wir müssen noch was passieren. Nein, doch nicht mehr. Und unten habe ich auch schon alles abgesucht. Wirklich? Hm. Wo ist Said? Sage und Rex? Achso, die sind ja hier. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Hallo, Shepard. Okay. Jetzt machen wir mal ein Gruppenfoto. Hey, Anale. Kommen Sie mal kurz hier rüber. Wir wollen zur Erinnerung ein Foto machen. Nehmen Sie auf dem Sofa Platz. Da ist gar nicht genug Platz. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Shepard. Gute Idee. Ich will einen Abzug. Letzter. Letzter. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Auf uns. Bereit, Cliff? Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung. Der macht zu einer Fliege. Okay. Alle sagen Normandy. Normandy! Zick! Sehr schön. Und da das diesmal eine wilde Party war, waren wahrscheinlich alle noch betrunkener als sonst. Wer weiß. Wenn nicht, ist das jetzt hier glaube ich auch das Ende. Wenn jetzt alles wieder gleich ist. Der Anfang so oder so. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Oh, was für eine Nacht. Na, wer ist denn da? Ist es schon morgen? Nachmittag wahrscheinlich. Guten Morgen. Ich liebe es dir beim Auffahren zuzusehen. Vor allem in voller Kleidung. Ja, ob sonst schon jemand wach ist. Die Auswirkungen begutachten. Noch mal den Kriegsaktivkosten-Teamgeist. Haben wir letzte Nacht was kaputt gemacht? Dann könnte ich es natürlich kalibrieren. Ja, schon. Vielleicht sollte ich das Wort einfach nicht mehr sagen. Aber nur wenn Leara mit diesem Ei der Göttin aufhört. Ja, das war schon was. Hat jemand Tee gemacht? Ich könnte ein Tässchen vertragen. Gut, ich glaube wir sind fertig. Das aus dem Kalibrieren ein Running Gag geworden ist. Ja, das ist schon schön. Aber es war auch klar, bei der Menge, die sie gesagt haben, trainieren die erst mal wieder morgens. Hey, sie sehen scheiße aus. Ja. Guten Morgen, Shepard. Es war großartig letzte Nacht. Shepard. Schön, dass sie schon auf sind. Hoffentlich hat mein Schnarchen niemanden geweckt. Seit ich mir die Nase gebrochen habe, klinge ich wie eine Kreissäge. So. Dann würde ich mal sagen... Äh... Stell ich mich direkt vor Shepard. Das kann ich nämlich dann abdecken. Ähm... So. Dann würde ich sagen... Das war Mass Effect 3. Ich bin... ...Commander Shepard. Und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss. So. So. So.